Moin Leute und Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal OneBlock mit Niklas von den 2008. Und ja, die Welt hatten wir ein bisschen gespielt schon und... Ja, gib mir mal Erde, dass ich ein bisschen was bauen kann. Rascher, Rascher, Rascher. Hobbylos, Hobbylos, Hobbylos. Edgar! Edgar! Edgar Rilano! Ich hab keine Spitzsacke. Nein! Sorry, Edgar! Ähm, Edgar? Mann! Ich arme! Nein, Edgar, bitte nicht, warte, ich bitte dich. Ich krieg jetzt eine Spitzsacke wieder! Hey, du hast noch eine Steinspitzsacke. Uuuuuh! Malz! Ich geb dir das, ich geb dir das, ich geb dir das! Ey, warte, warte, warte! Hier, 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 hier! Wieso haben wir auf einmal zwei Schweine? Weil aus dem Eisen ein Schweigen gespawnt ist! Weil aus dem Eisen ein Schweigen gespawnt ist! Frag nicht, wie das gehen kann! Ouuuuh! Ouuuh! 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 Stickcraft ist auch mal wieder am Start, ne? Ja, ähm, ja, was soll ich jetzt machen eigentlich? Wer sterbt! Wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Holz. Ja, danke, auf jeden Fall dafür! Äh, nein! Hast du das mit beiden gemacht? Äh, nein! Hast du das mit beiden gemacht? Hä, das ist von selbst runtergegangen! Äh, ja, warte! Boah, das ist so ein Sinn! Ich hab einfach gestorben! Digga, wir sind echt die Dimmsten! Lass mal lieber ein De-Abo da, Alter! Digga, ich hab Seeds da! Ja, ein De-Abo! Milla, habt ihr es gehört? Schnell De-Abonieren! Ohrklanken! Doch! Heiz! Digga, willst du wirklich unbedingt Holz haben? Essen! 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 Hey! Das habe ich scharf, Junge! Oh! Wow! Hey! Nee! 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 Du gehst! Hey! Du gehst! ich hab aber keins warte noch mehr ich habe kein stein auch erde ich habe auch keine erde was nicht louis und den weg zu zwei erde brauchst du noch nicht da mit einer holzspitzeuge ja moin das kann man ruhig immer auf holz das gibt ja können also dann soll es werden an dinkes gerne radonner warum stinkt es bei mir so dicker Ich hab mich fast gesaved Ja weil da unten noch Wasser war Guck mal das hier bist du ne Das hier bist du ne Guck Das hier bist du ne Ich Tschüss Ja okay was war's Oh mein Gott der Hexe Der Hexe Der Hexe Jo Dinger mit Nax Ey ich hab dir grad so ne Kombo gegeben Wir brauchen mehr stein Warte Danke für das eisen Sorry Warte 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 ich brauch Spass Wie hast du mich grad genannt Ja Ja Fack ihn drauf Nein Ich kann mir das helfen Nein Junge Du versteuerst bei mir aber so hart Leider Oh Joel Ja Ich meinte Louis als ich Dort eingesammelt habe Ähm Da hat du erzählt hälst du Louis in der Hand Mann Verhalt Louis in deiner Hand Bau damit bitte die Insel weiter Ich fass Spritzy ok Das kann so nirg schief gehen Ja Ja Mach du das auch besser Ja Ja Ich find's ganz geil wenn ich diese Ich fass Spritzy Ja 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 Ich find's Ja Ja Ich kann den Kopf hälten stein ich habe kein stein ich habe nicht das eisen ein Junge ich werde dein Video so freigucken nur wegen diesen Fails Samir ich kann das noch überleben ich habe überlebt ja du lasst ist da kein Wasser da ist ein Blitz eingeschlagen Mann Digga was habe ich dir getan alter du stehst im Weg es tut mir leid Mann danke ich steck Drift oh du stehst im Weg tut mir aber leid nein nein ich hätte eigentlich noch auf die ins Wasser schaffen können du hast mich auch einmal geschlagen Mann ich wollte doch die armen Hühner nein nein in der letzten Sekunde habe ich mich gesaved ey bitte nicht ey komm sei ein Ehrenmann bitte ach Digga du hast keine Eier doch da ist doch noch Wasser ja ne eben nicht das reicht für zwei Millisekunden nicht aus zwei Schweine zwei Schweine ach Digga du ein Schweine muss runterfallen leider ich bin der Cobblestone ja was dann kam ich so ein heimes Herz heimes Herz heimes Herz ja bleibt da drin soll ich hier platzieren deinem Spaß oder oder bei 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 Scheiben Sie weg. Was? Er hat es doch nicht! Nein! War du das jetzt so glücklich? Ja! 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 Endlich, Junge! Weg mit dir! Das war meine Mission, Junge! Ja! Ja! Endlich, Junge! Weg mit dir! Das war meine Mission, Junge! Ja! Entschuldigung! Ja! Wie gesagt, nochmal und dann ist Feierabend! Definitiv! Und geh rechtzeitig ins Bett! Du hast morgen Leute hier zugesucht! Du kannst ja nichts sonst machen! Okay! Ja? Gut! Nacht! 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 Mann, Digga! Was ist dein Problem? Wasser! Wasser! Ja! Ja! Mann, ich brauche doch nur einen Koppel, Digga! Danke! Hey, Joel! Guck mal! Ja! Hey, Joel! Hey, Joel! Ey, Nidias! Guck mal! Das ist doch für dich, für dich wertvoll! Die benutzt du doch immer, ne? Die hier! Ey, Joel! einmal die gewisse ich auch wieder besser da springt er freiwillig und nach unten was hast du für die box ja wahrscheinlich du bist ja direkt so das uns jetzt kämpfst du noch das ist die dümmste One Block Folge ever. Wenn sich die jemand reinzieht, dann bist es nur du, oder. Die vier Weile verguckt! Aber du bist vorhin gestorben. Eeeeehhh! Nein! 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 Nee! Nein! Ich hätte zwar in Wasser gehen können, aber egal. Weg mit dir! Nein! Ey, kann ich einen Cobblestone haben? Ja, danke auf jeden Fall dafür! Mann, ich brauch jetzt keins mehr! Ja, danke! Ja, ich glaub, ich baue jetzt ein bisschen was ab, dass wir zu einer Insel irgendwann nächste Folge kommen können. Weil hier raus kann man auch ganz einfach Slabs machen und das sind dann doppelt so viele Blöcke quasi. Ja. Ey, Niklas, zu welcher Insel wollen wir dann? Also, Trey! Nein, du schlägst mich jetzt nicht in der Richtung! Hm, in DIE Richtung da! In die Richtung! Mann, die ja! Von deinem Hauptverkacken, Alter! Nee, hab ich nicht gucken, wann er wieder hochkommt! Nein! Das passiert mich nicht! Ja, warte! Welcher wollen wir denn? Warte, ich muss in die Richtung zeigen! Nee, eben nicht, Digga! Geh jetzt weg! Ja, mich aber nicht wegschlagen, Junge! Das nervt! Ja, also... Weg mit dir, Alter! Überlebt! Wenn du das geschafft hast, Alter! Überlebt! Da ist aber nicht mehr... Jetzt immer noch? Ah! Bitte, bitte rett mich, Jesus! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Oh, fuck! Zu welcher wollen wir denn? In DIE Richtung! Mann, Digga! Schlag mich doch nicht so, Alter! Das nervt, Digga! Ich weiß, dass doch auch kein Bock mehr, Alter! Da ist... Fuck so ab, Alter! Warte! Ich zeig mir den Stock hin, okay? Guck hin! In... In... Die Richtung! Hä, da ist noch nicht mal ne große Insel! Doch, Digga! Wir nehmen die kleine und dann gehen wir zu großen! Wieso nehmen wir ne kleine? Weil... kleine, guck mal dahin! Geh mal näher dran, damit du's besser sehen kannst! Mann! Ja, Digga! Ich seh die doch da schon! Aber wieso denn dahin? Ach so, okay! Ich weiß wohl! Wir gehen auf DIE kleine Insel dorthin! Direkt vor der Großen! Und dann können wir doch uns... Also... Warte, das bist du! Ja, tschüss! Einfach Spaß! Wir werden testen! Wann löst es aus? Oh! Hehehehehehe! Ich fahre für so lange den One-Block weiter! Es gibt mir nämlich Daily-Blocks! Ja, ich brauche mich dann da schon mal hin! Denn wir haben eine Lini-Block-Suss! we have iron, oh man oh my god, bock 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 bock, do not order ja, jetzt springt hoch oh, bock bock bock, do not order take care, hör mal auf jetzt ok springt hoch hier kastrieren das ist jetzt deine schuld hat mich geschlagen warte, ich mach jetzt noch mal slaps dann baue ich mich noch ein bisschen rüber und dann beende ich die Folge äh, nee, dann machst du gleich noch ne ja, mach ich auch vielleicht dann sagst du mir hoffentlich bessere Folge dann sind sie übrigens kennen, nee drangonik, was drangonik, was drangonik, was drangonik, was ah, wie der mich da schlagen wollte schlaf, niklas schlaf, niklas oh, 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 oh Scheiße, ab. Echt? Ey, Ronaldo, was geht? Ronaldo ist runtergesprungen. Dumm, Alter. Ich baue mich jetzt hier noch weiter. Mit 30 Slaps möchte ich fast bei der kleinen Insel sein. Und dann beende ich das Video und mache dann noch eine Folge. Digga. Digga. Brenne. Stark. Ich hoffe, uns zu pissen, Gott. Sag mal nicht. Ich bin ein family-friendly Streamer und YouTuber. Ey, ich brauche locker nur noch einen ganzen Stack. Da, nee, da ist ein Skelett. Oh, fuck. Doch, Digga, ich habe das aus dem Leben gekrätet. Das sind die Kette, wenn du mehr so weiterkriegst. Schneeим els комThe-Chall!